Wusstet ihr, dass Tjulfa und ich eine richtig lustige, aber auch miese Challenge gemacht haben? Wir mussten nämlich Roblox-Doors spielen, aber wir durften gar nichts machen. Guckt mal, Leute, wie witzig das war. Wir stehen hier wie so Decken neben der Tür. So, ich gehe hier ans Feuer. Kommst du auch her ans Feuer? Hat auch gar keinen Bock, was zu machen. So, ihr chillt hier natürlich auch her. Guckt mal, wie er zwischen den Schrecken lurt. Er stand hier so, warte, so da und hat es so durchgelurrt. Ey, das kann ja nicht sein. Was macht er denn da? Kult 200, Blutdruck 180 zu 100. Wie er immer um die Ecke lurt, ob er es schon hat. Er hat sieben Minuten lang den Zettel gelesen. Schaut gerne mal beim kompletten Video vorbei, Leute. Das würde mich extrem freuen. Lasst auch gern einen Daumen und ein Abo da. Ach so, und...